hallo leute willkommen zurück zu pokémon feuergrün im letzten part haben wir diese stadt hier entdeckt könnte man sagen und wir untersuchen jetzt mal noch alles alles wird von tag zu tag schwerer ich auch dass ein link mit einem zahnpfiff für den kühlschrank nee offenbar nicht dann mit die haben wir glaube ich geredet haus ganz rechts ja im letzten part gesehen was da drin war extra den ganzen weg doch mal okay ist mir gegangen nur um gegen den alena leiter zu kämpfen doch er ist gar nicht da okay danke wie jeder wanderer lieb ich gesteins pokémon sind sowohl runder als auch schwerer als ich das ist echter für das selbstbewusstsein zu wissen dass es noch schlimmer geht ja natürlich moment habe ich meine pokémon eigentlich geheilt nein natürlich nicht könnte ich gleich mal tun wenn ich schon hier bin hallo pokémon geben ja danke hat diese schnee das muss ich irgendwann wohl noch trainieren weil eis elektro das ist irgendwie reizvoll gebe ich zu halt da hinten ist ein item wie komme ich dahin haben hier denn du siehst wichtig aus ich habe den bau für das pokémon center in der stadt finanziert leider hatte ich nicht genug geld für das obergeschoss macht doch nichts mir reicht das mir reicht das erdgeschoss eigentlich so da liegen ist ein item das nehme ich mit schutz neuer gut geht geht ja da sie geht gibt es einen weg und da drüben gab es noch mal ein weg dass derselbe was zum dass der tunnel gut da will ich gerade noch sehen wohin ist links gehen würde falls es da überhaupt irgendwo hingeht oder falls ich geträumt habe ich will alles erkunden hier alles 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 ja doch hier geht es auch rein betreten das verboten ok ob ich habe jetzt nichts kaputt gemacht was oder nein 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 jetzt wird die gesamte welt untergehen panik 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 du bist schon okay kann ich noch mal okay das habe ich jetzt gemacht weiß es nicht ja hallo warum schreibt hin bitte nicht aufstehen jeder spieler steht da drauf weil wir waren das alle eigentlich das ist ein spiel so item was du wegen der aufregenden lage ein item erwartet ja pech fies entwickler wirklich fies genau das habe ich nämlich gedacht gut was denn das für eine was beleuchtet der kreis um mich herum macht so kommt das von dem scheinwerfer oder was am besten ich suche mal den typ der hier diesen scheinwerfer bedient dann kann ich mal sagen dass er den beleuchtenden bereich größer machen soll gute idee aha treppe item zweimal super tränke gut das war schon der ganze raum so mag ich das doch da steht was der typ hat der typ hat ein scheinwerfer das ist ja doch na klar was da nun zu was das töten wir kurz mit server nein sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut der typ mit dem scheinwerfer egal ist das der typ ich tue der scheinwerfer typ nein ich habe nur ein leuchtendes fass um den bauch geschnitten natürlich dass ein scheinwerfer dann macht diesen beleuchten kreis mal größer so kann ich doch nie von den polizisten fliehen was ich so wichtig mach einfach die kreisgröße er tut tatsächlich mache ich doch noch größer das ist doch ein witz oder das hilft mir doch gar nichts okay dann möchte ich aber noch größer noch mal du kapierst nicht kann das sein sehr gut lass mich in ruhe gibt es noch größer ich sehe das immer noch nicht genug wenn du willst kann ich dir gleich durch den tunnel tragen was aber nur wenn du mich dann endlich in ruhe lässt du auch den tunnel tragen klar hätten du gerne was ist immer noch nicht genug wirst du ich sage es mal nein ich habe das ganz allein okay größer wird das offenbar nichts aber egal ist das denn war ein kleinstein okay ich glaube ich werde mal wieder schicke die spitze setzen wegen den ganzen kleinstein sie vermutlich ergibt item frank gut ja aber das ist doch mal eine andere variante als immer nur diesen scheiß blitz einzusetzen oder zu bad gut auch zu was kriegen wir klein mit stärke scheiße reicht nicht okay stärke ist nicht so die tolle attacke eigentlich aber scheiß egal gut hier ist nix da wie das auch stärker ist oder wie soll ich mir ein kleinstein fangen überlegt mir gerade wer eigentlich nicht zu verachten zu finden beginn nein nein wirklich also gut den darf ich nicht da hinschieben glaube ich wenn doch bringt es mir nicht viel ich glaube ich muss den nehmen ja so ja und nun was zum nee das war kacke oder ja kann man nicht anders sagen ich hoffe nicht dass ich dumm bin aber solche rätsel ich weiß nicht da habe ich wirklich so meine probleme ich muss immer wieder durch die durch die leiter gehen um das alles zu resetten da war die resetschalter beim team rocket dabei team schock jetzt wie auch immer wesentlich besser gelöst finde ich also noch mal für die ganz dummen dahin das alles schwachsinn das ist alles schwachsinn was soll ich tun kann ich den weg schieben dann so wenn ich den so hier durch schiebe ja bin ich soweit dann so bringt mir das schlussendlich überhaupt noch weniger ja noch viel weniger hat sich jetzt einmal kurz im schutz ein aber ja ab sogar zwei kugeln aber man muss das wirklich sein also den hier durchschieben so weit sind wir uns doch einig dann kann ich den hier weg machen dann den hier hoch genau dann gehen hier rüber aha dann gibt es hier noch ein item ja gibt es der schutz danke ok war jetzt doch gar nicht so schwer oder gut dann haben wir hier schutz wirkt nicht mehr ja ist mir jetzt moment auch egal paar kleinsteine die haben auch mehrere bereits diese kleinsteine das hier sieht normal aus aber das andere sah irgendwie aggressiver aus was was bist du denn für einer ist schon mal aufgefallen dass diese felsen wieder an den was dass diese felsen wieder an ihren ausfall ausgangspunkt sind wenn die leiter benutzt ja habe ich vorhin schon festgestellt danke ich bin derjenige der sie wieder zurück schiebt aha viele viele fragen werden diesen pokémon spiel beantworten ich muss sagen du solltest mir danken ja ich würde dir gern danken aber du willst mich bekämpfen du ja gut mit sorgen pokémon kannst du mir jetzt nicht wirklich angst anjagen definitiv nicht zu weit kommt jetzt dann nehme ich mal wieso sagte wieso er das schneepika muss ich dann vermutlich ob sie wieder ein bisschen trainieren so war sagt es war dann kommt der ruck zu tief nein das reicht natürlich nicht noch mal ruck zu tief kommen und dann level 12 für wieso sehr schön sehr schön waren das kleinstellen den kampf ja gut dann nehme ich halt wieder schicke wir kriegen bald vielleicht sogar ein level ab von schicke mit tschüss kleinstein und ich könnte eigentlich auch mit wieso die stein pokémon besiegen das kann ja server das verdammt anstrengend weißt du das ja ich danke dir trotzdem ja aber das werde ich glaube ich auch tun wieso an die spitze verdammte kacke noch mehr solche fischer fischer steine server tschüss kleinstein also lassen mal sehen das doch jetzt gar nicht so schwer oder doch für mich schon so und dann so und dann so ja ja geht doch hier ist sonst nichts mehr gut 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 auch wieder mehrere wege noch dass wir sind stein rätsel das von zwei seiten angehen kann oder wie sie fast so aus nach super klasse hör auf das wieso zu beißen ja ist unser freund so tschüss zu bad ach du wie soll das gehen gehen hier erstmal nach unten halt einfach mal weg der hier einfach mal auch weg ganz war nervt mich nicht ja blöden super ganz weit hoch hier dann dann kann das überhaupt funktioniert ja ja natürlich kann es doch bin ich dumm so was jetzt auch nicht so schwer hallo trainer du bist ein wanderer ich glaube ich habe mich verirrt bei mir geht's komischerweise sogar was ist jetzt schon wieder okay es geht wieder keine ahnung kleinstein super wie soll was liebe schaden habe das viel gemacht viel zu viel auf jeden fall wieder versucht kraftfude zu erlernen stärke 18 kratzer weg andere kleinstein den kampf wirst du wechseln nein ein normales kleinstein gut das macht mir eben weniger angst ich weiß auch nicht was aber schickt kleinstein den kampf gut wie so bleibt also level 17 ach du verdammt der scheiße wow waren die freund schon so stark kann nicht sein muss ich jetzt nach oben oder nach unten ja ich weiß es zum glück noch was ich jetzt wieder zu bad kraftfude wie so verdammt ja ja wieso trifft oder auch nicht super 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 ball super ball dann was haben wir denn hier noch alles ich hasse zu bad's einfach nur in ihrem super schaldingen da ist wieder ein stein rätsel da auch da auch aber das links sieht irgendwie auf den ersten blick nicht machbar aus oder täusche ich mich da level 14 das so verschieben das so verschieben das so verschieben und das so verschieben doch es ist wo aus ist machbar oh mein gott oh mein gott aber hier muss ich den stein weiter schieben oder anders geht es gar nicht ja ist richtig ich verlaufe mich wirklich noch leute ich verlaufe mich wirklich noch ich sollte aufhören die kleinsteine zu besiegen warum das schaden gemacht wow da ist ein trainer da oben ist bloß wieder ein wildes pokémon zu bad will ich nicht haben warum ist oben wieder eine leiter ich sehe mir das mal kurz an wo das hinführt ach du warst da ganz viele items gewesen ihr nervt überhaupt nicht ihr viecher was ich mich gerade frage gibt es hier scheinlich ein riesiges labyrinth hier das sind aber eine menge items die würde ich gerne haben vielleicht ist eines davon so wichtig und sagt wenn du das hast dann darfst du aus dem was darfst du auf diesen labyrinth herausgehen ich habe jetzt noch gar noch mehr verabzweigungen hier ist das euer ernst das habe ich jetzt gemacht ach so ich wollte es eigentlich gar nicht angreifen aber gut tun ja das hat noch gleich hierunter vielleicht da müssen die items dann irgendwo sein warum vielleicht kommt irgendwann scheine pokémon so da sind meine eis hallo nervt mich doch nicht jetzt ich setze gleich der schutz ein super ball sonderbombon super ball ja ist schön aber jetzt nicht unbedingt das gelbe vom ei ja und leck mich schutz danke so dass mit einer leiter weiß ein item nämlich dass du wieder es sind zu viele wege da noch zu viel halteisen ausgang das ist der gipfel war das hier der berg wo gestanden ist drei quasi gesehen worden ich denke jetzt gerade wenn ich da die spitze des berges sehe gefällt mir irgendwie nicht halt doch da lang gefällt mir es geht irgendwie nicht muss ich jetzt ganz ehrlich sein da oben ist zu viele wege zu viele wege aber ich glaube es sieht nur so verwirrend aus ich glaube das ist einfach nur ein raum wo oben rechts ein eingang ist unten links ein ausgang oder war es hier wo noch solche kack rätsel waren hier unten meine ich was denn doch mehrere eingänge hier oben ist auch noch einer fahrt kommt ich mache jetzt dieses rätsel hier sehen hier nach unten ja den auch so den und den und dann hier weiter habe ich keinen schutz mehr habe ich denn nicht eingesetzt weiß gerade nicht mehr das auch eine leiter werde ich belohnt hier weil ich so ein übles rätsel gelöst habe schutz 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 habe ich nicht mehr schön da drüben ist schon wieder so ein typ aber ich glaube ich muss den part erstmal beenden leute das war es für heute mit pokémon feuerrot ich bedanke mich versuchen und beim nächsten mal ja können wir vielleicht endlich mal uns ein paar richtige wege in diesem berg zusammensuchen ja gut leute bis nächstes mal macht's gut zus